Herzlich willkommen bei unserem interkulturellen Magazin. Verdacht des Amtsmissbrauchs, Verdacht der schweren Körperverletzung, der Ausnützung einer Amtsstellung und des Verstoßes gegen die Richtlinienverordnung, das sind die vier Anklagepunkte gegen jene Polizisten in Zivil, die vergangene Woche den schwarzen Sport- und Englischlehrer Mike Brennan schwer verletzt haben. Der Wiener Polizeichef sprach von einer Verwechselung des amerikanischen Staatsbürgers mit einem anderen Verdächtigen. Anwälte, Amnesty International und NGOs sind sich einig, auch wenn jemand tatsächlich verdächtigt ist, so darf eine polizeiliche Anhaltung nicht ablaufen.